Hey ihr Gamer und Gamerinnen da draußen, ich bin Sarabi Awesome und heute gibt's eine neue Folge Overwatch mit Queech und Morgsen. Hallo. Jetzt haben wir es genau gleichzeitig gemacht. Perfekt. Perfektes Timing. Wir sind gleichzeitig gekommen. In das Spiel. Sehr, sehr cool. Wow. 50 Minuten bis das Spiel losgeht. 50 Minuten vor allen Dingen auch. Ja, das wäre noch schlimmer. Oh, warte mal hier, das hab ich hier noch nicht probiert. Was hast du noch nicht probiert? Ha, es geht. Warte, wo bist du? Was wolltest du tun? Suchen sie mein Spray. Ah. Oh, schade, da komm ich nicht ran. Suchen sie mein Spray. Ja, warte, komm ich mal hier. Geht das hier? Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut platziert, Jungs. Ja, meinst du es jetzt woanders? Sieht aber komisch aus. Äh, vor allem ich hab meins da positioniert, aber man sieht es überhaupt nicht. Sehr gut, naja. Dann halt nicht. Vielleicht hier auf der Lampe? So, haben wir immer noch, haben immer noch, oh wir haben ja immer noch die Gegner von vorher. Da muss man sich ja schon fast bei den Zuschauern entschuldigen. Ah, Leute. Naja, mal gucken. Entschuldigung, dass wir so gut sind. Ja. Ah, da ist ein Pinata. Pinata? Ich flieg mal da drüben an der Seite. Oh. Ja, mach das. Ich fliege oben drüber. Fliegen. Sie fliegen. Lunar. Ich nehm mal den Spot. Ja, ich bin auch da. Sehr gut. Ich mach ja mal, vor allem noch ein bisschen Stress. Ja, das ist auch ganz gut. Die kommen anscheinend eh nicht, die wollen nicht. Na, Pinata ist. Pinata kommt gerade um die Ecke. Und Bastion. Bastion ist von der anderen Seite. Bastion mach ich eventuell. Ah. Nein, doch nicht. Oh, oh. Pinata ist tot, aber Bastion ist noch da. Nein. Ah, verdammt. Jetzt haben sie es gemerkt. Was? Jetzt Hanso es gemerkt? Ja, jetzt Hanso es gemerkt. Jetzt Hanso es gemerkt. Hanso hat mich auch gemerkt. Ne, Hanso ist tot. Ich bin auf dem Weg. Ups. Da hab ich irgendwie die Widow mit dem Billy Angriff gekillt. Das tut mir aber leid. Oh, total. Aus Versehen eine ganze Widow. Ja, aus Versehen ins Gesicht. So. Ich, ich, ich würde, ich wüsste ja gerne mal, was man hier so als beste Zeit schafft. Hallo. Och komm, Bastion, du stirbst doch. Ich glaub, die beste Zeit haben wir schon verloren. Meine persönliche? Ja, mittlerweile glaub ich auch. Ich will jetzt aber auch nicht vorgehen. Ich hab grad keinen. Ah, doch. Jetzt hab ich wieder nicht. So. So. Dann von hinten. So. So, Hanzo, du kleiner. Ne? Reißschüsse, bitte schüsst. Jawohl. Äääh. Beide. Von rechts da ist eins… eins Gegners. Ohhhh. Piñata. Es kann ja nicht wahr sein hier. Die haben zwei Ö. Ach, ne… Oh, Lyon, oh. Bei Roadhogs haben die. Oh Gott, das hätte gehen. Hooray! Den Drachen nicht mal gesehen. Schade eigentlich. Bitsibitsibo, Ratsibutsife. Ja, das war ja easy. Das ging sehr schnell. Das war wirklich schnell. Ich glaube, ich habe gerade das dritte Mal erst nachgeladen in der Runde. Okay. Acht Kills. Oh, der Sack, den Kill hat er mir geklaut. Gemein. Ja, die hat sich aber auch angestellt wie so ein Stein. Und er auch. So, ganz genau so schnell bisschen in der Verteidigung. Funktioniert ja nicht ganz, aber... Ich bin dreißig, ich gebe mir selber einen Punkt. Das kann ja nicht wahr sein. Dann hätte ich Quietschmann einen Punkt geben sollen. Ich habe sexy Morgs eins gegeben. Ich habe ja auch dreimal Gold und einmal Silber, also... Finde ich jetzt für den Tank gar nicht so schlecht bei so einer schnellen Runde. Ja, ist schon... Kann man sich mal gönnen, ne? Das Problem ist, wenn die nächste jetzt genauso schnell... Ne, die nächste muss ja länger dauern, weil... Man hat ja am Anfang schon mehr Zeit zum Verteidigen. Achso, du nimmst dann... Nehme ich? Was nehme ich denn? Ja, ich kann auch was sagen. Ne, 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 das ist schon vollkommen okay. Ich nehme einfach hier den kleinen... Ah, da habe ich mich schon drauf eingestellt. Es lohnt sich für unsere Hälfte. Ne, 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 ne ruhig, ne ruhig. Ich nehme hier den kleinen Nerfsack. Ihr willst sowieso noch warten, Jungs. Achso, warten. Nein, wieso denn warten? Ja, weil da draußen, da drüben wohl welche raus... Oh, bei uns auch. Bei uns ist auch einer rausgegangen. Sind wir zu schlecht gewesen? Glaub auch. Kann ich ja mal gucken. Ach, das Spray habe ich mit der Mei jetzt. Okay. Oh. Endlich. Kannst ja schon nicht mehr abwarten hier. Oh, jetzt ist ein Zweierteam im gegnerischen Team. Oh Gott. Warst du nicht vorher auch schon da? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, es war auch vorher schon da. Es kann sein. Die haben ja so viel durchgetauscht da. Hauptsache jeder behält seine eigenen Socken an. Ja. Also diese Wartezeit immer. Das ist schrecklich, ne? Heute finde ich schon viel. Aber dann hast du Leute, siehst du hier, zwei Sekunden vor Ende, dann wird doch nochmal getauscht. Ja. Bye Gays. Möchtest du mit mir zusammen einen Schneemann bauen? Ähm, später vielleicht. Okay. Ich wusste gar nicht. Den Spruch habe ich noch nicht... Also das ist ja kein Spruch, das sagt die ja so. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich meine die Referenzen auf Frozen bei Mei, die sind ja... Die sind mehr als eindeutig. Ja. Die sind durchaus bekannt. Aber ich finde die super. Ja, hier. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Aber ich finde Mei auch einfach cool. Mittlerweile. Die ist super süß. Vor allem wenn die sich so nach vorne beugt mit diesem... mit diesem Knutschi. Ja, das hier, ne? Das da. Ja. Genau. Das ist super. So, ich mache jetzt mal das, was eine gute Mei immer macht. Nichts. Die Wand ziehen. Oh, fuck. Die Widow hat mich erwischt. Scheiße. All's off. Wirklich. Oh. Ah, okay. Sie hat schon vorher... Sie hat schon... Oh, das war aber... Das war aber ein echt Millisekundenbereich. Let's watch it. Wirklich. Ich kann sie ja bei mir angucken. Also, die hat mich erschossen, als meine Wand gerade hochgegangen ist. Geil. Das ist bitter. Das war... Oh, guck mal. Ich habe einen Tracer gefunden. Oh, das bin mit einer Tracer. Die kannst du gerne einfach halten. Ja, die schenke ich dir. Ich schieße auch mal ein bisschen drauf. Oh, das ist gut von dir. Wie sie einfach nur am rumzappeln ist. Ja, das stimmt aber trotzdem, ne? Also, das... Ja, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Oben ist eine Widow drin. Ja, wir müssen doch hier. Die sind... Die drängen schon auf den Spot. Ach, da kommen wir sowieso nicht durch. Nein, das ist so gut. Da kommt dieses Jahr früher! Der Winter kommt dieses Jahr früher! Ja, ich mache das Gefühl, dass der Winter dieses Jahr früher kommt. Da sind gerade die Herbstkammer jetzt plötzlich. Nein, das wird wieder ein bisschen warm. Ne, will ich nicht. Das wird erstmal kalt und dann wieder warm. Ne, will ich nicht. Ne, will ich nicht. Ja. Ne, ich will nicht mehr warm. Weicht jetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, also so wie das Wetter heute war bei uns, fand ich es sehr, sehr angenehm. Ja, war mega geil. Bei uns auch. War schön kühl. Aber nicht zu kühl. Aber auch nicht zu warm. Super gut, ja. Da will schon wieder ein Soldier irgendwie auf den Spot. Ja, soll er sich mal trauen? Ich bin hier. Er hat sowieso keine Chance. Ich sehe keine Gegner. Oh, der war ja gut. Nein, hatte ich meinen Eisblock nicht ready? Was ist das denn? Hier, komm, ich platziere mal den Teleporter so gut wie noch nie. Aua. Hier, passt doch. Aua. Ah, ah, wo bin ich? Wenn auf einmal so ein Rhoatog in der drinsteht. Ist das nicht das, was du schon immer mal wolltest? Nein, ich wollte das mit einem Bombard. Jetzt hat sich die Tracer selber in die Luft gejagt, ich glaub's ja. Kommt dieses Jahr wieder. Oh, versteckt euch. Ich bin versteckt. Bin mit mich. Ich hab irgendwie die ganze Zeit ult und ich weiß nicht, wann ich die benutze so abkann. Das scheiß drauf. Benutze sie doch einfach. Du hast sie so schnell wieder. Alter Latz, sind die schlecht. Das ist ja irgendwie passbar. Ja, wo bin ich sie? Was, schon wieder? Oder war das... Ach, die haben zwei Soldiers. Okay, ich hab mich schon gewundert. Ich hab mich auch gerade gewundert und dachte mir so, hey, das kann doch gar nicht sein. Das wäre jetzt echt schnell gewesen. Der hat mich getötet. Sag doch sowas. Eigentlich haben wir einen Teleporter. Der auf der Mitte, wo die Mitte steht. Ach stimmt, Rommelfeuer. Komm schon. Nein. Warum krieg ich Rokok eigentlich nicht? Ich krieg den nie geheadshotted. So. Weil er zu dick ist. Weil er einfach einen Kills so groß im Kopf hat. Nein. Der klaut mir meine Kills. Ich glaub's nicht. Nicht streiten, Jungs. Nicht streiten. Nein, nicht der Quietsch. Ich hab versucht, den Winkel zu plauen. Der Rokok, der kaut, der, der, der zieht mir den Haken. Der kaut. Der kaut mir die immer weg. Ja, der zieht mir die immer mit dem Haken weg. Dem Kiefer kein Wunder. Ach, das ist doch ein Bid. Ach, was? Ach, die Widow oben. Die wollen doch gar nicht gewinnen. Das Gefühl hab ich auch. Vielleicht wollen sie dir ranken, merken aber nicht, dass sie keinen Ranked angemacht haben. Die können nicht ranken. Guck mal auf die Level. Das stimmt. Die sind so niedrig, das funktioniert gar nicht. Oh, sorry, Rokok. Was, wer hat mich denn jetzt... Ach, der Junkrat. Ich sag ja, ich sterb echt nur aus eigener Doofheit momentan. Naja, muss doch auch mal sein. Komm, jetzt kannst du es dir doch erlauben. Das doch hier... Ja, war... Sieh. War wahrscheinlich das schnellste Match, was wir jemals hatten. Das ist das erste Match, wo ich mein Geschwitz nur einmal aufgestellt hab. Geil. Das spielt. Geil. Na, zeig mal her, komm. Bocker. Ja, da hat sie den richtigen Charakter. Ja. Ja. Wow. Auf jeden Fall. Da kann man schon mal... So, Quietsch. So richtig... Applaudieren. Herzhaft hier. Jetzt kriegt der Quietsch mal einen Punkt. Sehr gut. So. Ich bin dafür. Die Leute schreiben mal in die Kommentare, welches bei denen die Bestzeit war in so einem Match. Wie schnell sie da durchgekommen sind. Wie schnell sie den Sieg geholt haben. Und sonst... Welche Sockenfarbe sie haben? Sockenfarbe. Okay, ja bitte. Und schreibt doch bitte eure Sockenfarbe in die Kommentare. Ganz wichtig. Quietsch möchte das nämlich wissen. Schaut bei Quietschen bei Morgsen vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tüdeldün. 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 Vielen Dank.